ja es heißt und damit herzlich willkommen zurück zu letztlich aber 1800 die wir sind natürlich wieder in beiden Prozent Fahrmann oder wie heißen die ja genau bei den Fahrmann der neuen Welt genau da war ja was stimmt warte da will ich mal kurz schauen Waffenstillstand ich habe selbst noch ein paar Trümpfe auf der Hand 18 noch ich habe Frau und Kind 18 1000 das ist in Ordnung auf ihren Befehl dann können wir das ja wieder starten gut dann machen wir mal die Weltkarte und gehen dann hier hin super wildtaube ja das klingt sehr gefährlich was fallen die in Warte wir haben sehr viele Arbeiter genau die wollen Pelzmäntel umweltverschmutzung ist gut 13 Tag für eine Küstenwanderung nicht wahr 13 Tag gut minus 60 aber trotzdem noch 240 für Natur das ist gut geht irgendwas runter ja Fisch geht ziemlich stark runter Stein ist egal Glas ist egal die da sind wurscht weil die hier hochgehen und Rum ja Rum ist ja gerade ausgefallen aber Fische sind gerade nicht so gut warte gut aber Fischer sind jetzt nicht so der Shit dass die hier alles totfischen und deswegen die Natur versauen warte Stein 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 nein hier so gut dann hoffen wir mal das genau letztes Mal habe ich hier ja das geöffnet und das war ja so blöd dass die hier nicht durch können aber mit einer Hauptstraße durch das sollte schon gehen schwenkt die Fahne der Freiheit genau die werden alle zufriedengestellt das ist schön was macht der Lagerhaus ah wegen dem da alle gestellt achten gut das war was was läuft denn hier gerade genau ja das war das sieht aber so sehr schön aus die Werschenruhe wurde beendet dann wollen wir mal schauen hier haben wir um Baumwolle das ist gut weil wir brauchen ähm ähm Rumsäge Kautschuk Ponchos genau Ponchos machen wir hier oben soweit ich mich erinnern kann hier ne hier sind die Lamas genau sweet aber ich ich brauche glaube ich hier ist Mais aber ich ich brauche doch schon Baumwolle ne aber dafür brauche ich wahrscheinlich die nächste Stufe n hmm m weiß ich ich will hier nicht zogen m warte und wehberei ok und jagdhütte das habe ich hier nicht aber da unten habe ich ja da kann ich ja schon ein bisschen machen was brauche ich dafür auch genau da brauche ich 10 10 farmer das kann ich euch hier machen hier einmal und hier einmal und dann natürlich noch ein neues lagerhaus das gute ist für den anfang werden wahrscheinlich zwei reichen weil ich ja ich brauche gar nicht viel weil ja bis wir bis wir da drüben dann die baumwolle abbauen wird bisschen zeit von gut 500 haben wir hier das heißt wir können schon mal ein bisschen updaten hier damit wir langsam hier weiter aufsteigen universität braucht ja das werden wir bald haben hospital das ist gut hospital wo kommt das hospital hin ich würde auch sagen irgendwo in die mitte wie groß ist das denn ja das geht es ist vier breit oder also brauchen wir nur ja da würde ich sagen bauen wir das in die mitte weil da kommt ist von der überfahrt zurückgekehrt ja die da unten nicht dann machen wir das hier hin dann bekommen die oben nichts ihr schiff ist von der überfahrt zurückgekehrt in das hospital brauchen ja rein theoretisch nur die ganz großen macker und geht zwangsum sie denn hier aber wohin nach da hatte was ist das normal das ist die schule genau das marktplatz okay oder wir machen einfach wir reißen die da ab jetzt machen wir nicht weil wir kommen bauen haben oder fahren dann stelle ich das geht schon gut und dann kommt hier die der Herkunft sehr schön sehr schön sehr schön so genau er ist jetzt ist hier gut was soll ich muss das wirklich Entschuldigung wusste ich neuer Befehle ah genau da bin ich jetzt hierher ich schiff meldet sich zum Dienst genau hierhin gegangen damit es die ein bisschen aufpassen genau stimmt dann bauen wir hier mal jetzt aus weil ja hilft ja nichts anders anders sie haben ein neues Zwischenziel erreicht tortilla was brauche ich dafür Mais und Fleisch ich bin gespannt was die Zukunft alles bringen wird ja ich auch die Entdeckung eine einige sonderbare Artefakte an Bord verängstigt die manche daran glauben dass sie ein gewissen haben ja pschst Prozent eine Warnung an Trocken der hat sie dort abgelegt weil er um sie gut und sich an Killingen nein es ist umgegangen kann der Fahrräder nur an Bord sein immer der Pfarrer sie überbaut werden eine zerstörerische episode niemand weiß etwas und vielleicht verbergen sie es ja natürlich die mehrheit tendiert zuletzt jemand will dass diese expedition scheitert und diese bildnisse sind eine drohung angst und kräfte umsehen von der ehren tiefpunkt der saurität schreit und knappe vor allem frauen und männer in wagnisbein dezimiert ist gescheitert soll hier habe ich aber kein kein mais so scheiß haben wir hier meist ja mehr kann man das ist ein bisschen besiedelt obwohl man das nicht sieht finger weg von meinen büchern also das ist doch vollständig besiedelt aber hier ziehen und das gar nicht das ist auch besiedelt dass das noch frei der hatte meist das ist noch frei deshalb auch meist und 18 eines konkurrenten wird belagert die klarte dann würde ich sagen achtung admiral anwesend hier habe ich keinen stahl würde ich sagen doch hier habe ich starte kriegsschiff meldet sich zum dienst bitte synchron umdrehen gut ich brauche holz du kannst du kannst ja ich schicke achtung admiral anwesend also waren den da nicht und stahl glaube ich ich schaue ich mal wieder in die alte welt wenn es echt cool dass es so schnell geht so dann will ich noch mal diplomatisch was du hast du was für mich helfen sie mir ich möchte ich will wie auch ich hätte immer gern und sie werden zu erbrechen 3 Friggold dann schuldig mal die Frigate den das ist eigentlich genau um nochmals die Formantie Raffner stellst du lassen uns nicht über den Tisch zum Tausenden das war ein Sturm 15.000 ist so voll in Ordnung dann habe ich ja jetzt erst mal bisschen Ruhe wie sie es denn mit den Fischer aus der GTI das ist schön der bleibt da wahrscheinlich weil ich gerade eingekauft habe Arbeitskleidung nimmt ab minus 1 warum habe ich zu wenig das Lager ist voll ja eben da brauche ich nochmals sowas weil der wird jetzt auch zu voll sein und dann baue ich den mal aus ähm kann ich noch irgendwas schöner machen hier genau den Zoo aber ja der Zoo bringt ja gerade nix weil ich noch nicht wirklich ähm Tiere habe ich habe nur glaube ich zwei Tiere oder? genau Eseln und Ochsen ich habe jetzt noch nicht viel beeinflusst Holzfällerhütten Produktivität aber das brauche ich ja gerade irgendwie gar nicht ne wir fehlen die Rohstoffe äh schon wieder warte mal wo ist denn die die kleine wir helfen wo wir können Spielstand gespeichert alles bereit ähm ja du bist doch schon fertig hier ei ei ok da hat er konnte haben sehr schön neue Befehle sollte ich hier Piraten fürchten äh nö 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 alles in alles in Lot wie sieht denn die Felden äh Fischöl Fel sieht sehr gut aus gut ah jetzt genau jetzt äh schauen wir nochmal in die neue Welt weil da sind die ja jetzt angekommen ne ich habe damals auch mit nichts angefangen ja wunderschön so hier habe ich jetzt endlich Mais und dafür brauche ich äh genau ganz normale Typis äh wo brauche ich die Stadt hin Sie haben an Einfluss gewonnen baue ich hier oder so gegeben sieht ganz aus als wären deine Leute zum Kämpfen bereit ja natürlich diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an so dann nochmal äh Lagerhaus nicht sondern Marktplatz Lager umdrehen bitte so warte von expedition er möchte in ihre Stadt ziehen ja natürlich warum denn nicht ja warum denn nicht immer noch nicht da aber gleich so dann äh nochmal schnell in die neue Welt umzeltes neue hier bauen um um mach ich mal in 6 Jahren noch mal Prozent äh, 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 so. Gut, ähm, Holz, 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 Holz. Lagerhaus, gleich hier. So, und dann gleich die Bretter machen? BD? BD? Machen Sie mal ein paar Bretter. So, ähm, genau. Du kannst mal die letzten Bretter nochmal weg tun. So, jetzt wollen die aber wieder, äh, Bananenmatsch, ne? Ah, warte mal, kann ich nicht, äh, Bananen von hier nach drüben schleusen? Weil hier sind ja genug, mhm, da müsste ich da drüben nicht so viel. Ja, wobei, so ein bisschen, das geht schon. Sie sind achtsam. Ja, äh, gleich. Ich bin gleich bei dir. Entschuldigung. Ich kann hier nicht sehen. Ich glaube, ich hab daneben gebaut. Äh, jetzt muss ich wieder in die neue Welt, äh, in die alte Welt, äh, in die neue, in die alte, so. Auf die alte Dame ist verlassen. Ah, das heißt, hier. Schiffe wie dieses standen. Hm. Ich glaube, der Treibgut, äh, holt die nie ab, ne? Da schnapp ich mir mal das Treibgut. Äh, und hier... Geht's langsam weg auf. Auf jeden Fall. Äh, plus 2000 waren wir. Und zwar nur, aber das, das reicht für das Erste. Vergnügte Melodien entspringen meiner Leier. Bitte was? Okay. Wenn, wenn's dich glücklich macht? Ah, warte mal. Ja, verkaufen die gerade was? Entschuldige, falls ich gleichgültig wirke. Ha, die, die, ein Schwarzbär. Warte, das macht zusammen... Ähm, warte, alles zusammen. Warte, 42. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Ach, krass. Gut, also 42, ähm, 49, 69.000. Uiuiuiui. Kann ich dir helfen? Ja, ja, klar, klar. Ähm, Hafenmeiserei. Mietpreise, okay. Museum. Primitiver Schleier. Okay, was, was bieten die anderen an? Da war ich grade, ne? Das ist von großer Bedeutung für Königin und Vaterland. Ja, okay. Und ab geht die Post. Die fancy, äh, 42 Tonnen Ding, okay. Ein Schiff erster Klasse. Das ist easy. So. Auf die alte Dame ist Verlass. Ah, rum. Super. Braust du rum? Ne. Wünschen, dass ich sie in dieses fremde Land begleite. Ach, die, die, die bietet Pelzmäntel an. Ein Schiff erster Klasse. Ihre Kunst hat Früchte getragen. Sie haben XIN gezeigt. Integrität. Warte mal, da könnte ich ja mal... Nutzen Sie es weise. Da könnte ich ja mal... Alle Kalligrafie verwischt durch die Tränen des Zweifels. Ähm... 17.000? Eigentlich brauche ich das nicht, aber ich, ich will die, äh, pushen. Ich schätze Ihre Loyalität. Siegel setzen! Wir haben schon häufig gehandelt. So, was ist denn der Muschelfischer? Ah, warte, 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 warte. Genau, 42.000. Na, wie, die, hier? Ah, warte. So, und zwar habe ich hier. Steuermann? Was bekomme ich dafür? Weiß ich noch nicht. Warte doch, äh, das kann ich ja Detail... Äh? Sie haben nichts erreicht. Ach, ha je. Und Ihre Majestät fragt täglich. Ich bin so ein Trottel. Ei, ei! Ein Feuer ist ausgebrochen. Oh, ich, ich wollte die Detail zählen, aber nö. Ich brech die ab. Ah. Ich verzieh mich mal eben in die neue Welt. Alter. Wieso habe ich das gemacht? Hä, das Mülleimer vielleicht heißt, dass das abbrechen kann. Ha, ha, ha. Stupido. Ja, ja. Ah, wie dingig. Äh, Feuerwehr. So. Für uns geht es ganz gut. Ja, ja, ja. Okay. Bananen, ne? Wo kommen die Bananen hin? Die Bananen. All die sagenhaften Länder existieren wirklich. Ja. Warte dich ja endlich. Lass dich mal kurz was stehen einfach. Ah, genau. Das, das war hier dieses Fischzweig. Genau. Äh, oh. Wird in die Straße. was. Das sieht jetzt wunderbar herrlich aus. Äh, 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 egal. Die Insel soll ja nicht schön sein. Bananen bitte. Ja, war ich ja einmal. Ähm. Die Menschen lassen sie hoch leben. Das überrascht mich. Die Flammen wurden gelöscht. So, hier. Lagerhaus. Spielstand gespeichert. So. So, ich habe hier kein Holz, ne? Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Ähm, warte, wo lassen die mich hoch leben? Ach, hier. Ja, wunderbar. Wenn etwas gut ist, spricht es sich schnell herum. Hm, das ist wahr. Hm. Der ist jetzt angekommen, ne? Genau. Ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt haben. Warte. Jetzt alle gleichzeitig, warte. Ähm, ich brauche hier die Menschen. Die, äh, Menschen. So. Ähm, jetzt kannst du mal. Oh, pünktlich auf die Minute. Verhängnisvolle Reise. Ja. Ähm. 25. Wer würde ihre Autorität in Frage stellen? Sicher. Alle werden die Hacken zusammenschlagen. In die Takelage. So. Es trägt ihre Handschrift. Ja. Ist hier gut. Jetzt, äh, hier das alles. Sie ein Überbringer trügerischer Wahrheit. Immer noch derselbe alte Bockmischt. Ja, ja. So, Wildtaube. So, jetzt. Du bist ein echtes Vorbild für meine Täubchen. Gut. Ich sehe direkt ins Auge des heraufziehenden Sturmes. Okay. Ähm. Wildtaube war das, ne? Muschelfischer. Ähm. Warte ich. Muschelfischer, genau. Das klingt zum Bescheid. Muschelfischer. Kommen Sie mir nicht mit Zweifeln. Es gibt so viele davon. Ja, ja. So, ähm. Ich mach mal kurz, äh, rum. Hier. Äh, nein. Heikunst. So, Heikunst ist gut. Ähm. Kanonen. Bringt nix. Ich tu mal Bretter rein. Ich könnte wetten, du steckst mit dem Königshaus unter einer Decke. Items. Redegewandtheit. Glaube. Geschick 15. Aber Geschick habe ich, äh, 20. Heilgrund. Mache ich Rede. Achso. Ähm. Ja. Komm, der, 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 der muss jetzt, äh, der muss jetzt gehen. Ähm. So. Jetzt würde ich sagen, jetzt, äh, der muss jetzt gehen. Jetzt ist schon wieder Zeit. Ähm. Admiral auf der Brücke. Ja. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und, äh, ja, wir sehen uns das nächste Mal hoffentlich. Bis dann. Bye, bye. Äh. So. Ui. Wow. Ah ja. Stimmt hier. Die machen ja gerade, ähm, fest für mich, ne? Sehr schön. Na, obwohl, ich weiß nicht, ob für mich oder für Halb. Naja, gut. Bye. Okay. Und, äh, Anna, gut. Ne? Die machen ja gerade, äh, ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wie du, wie du, wie du, wie guckst. Ah ja, ich weiß nicht mehr, wie du, wie du, wie du, wie wirst. Oh, oh, oh! Untertitelung des ZDF, 2020